Der DAX kennt nach wie vor kein Halten. Die Jahresendrallye ist ausgerufen und jeder sagt, wir werden Teufel tun, damit aufzuhören. Interessanterweise bleiben wir mal ganz kurz auf dem Tageschart hier beim DAX Index. Wir hatten es gestern mal angedeutet. Gestern hatten wir hier etwas, das ist so eine Umkehrkerze gewesen. Ich mache es noch ein bisschen größer. Das hier. Das heißt, wenn der Kurs hier unten durchgeht, dann wäre das ein möglicher Short. Also so sah das gestern zum Handelsende aus und tatsächlich so eine Umkehrkerze ist eigentlich für eine Wende durchaus gut. Ihr seht sowas zum Beispiel hier auf der Long-Seite, hier auf der Short-Seite. Also sowas funktioniert immer. Immer ist vielleicht ein doofer Begriff in dem Zusammenhang, aber es funktioniert nicht schlecht. Die Marktteilnehmer haben also ein Angebot bekommen zu drehen. So und jetzt gucken wir uns an, was sie gemacht haben. Die haben den Stinkefinger gezeigt. Ihr habt es ja wohl nicht alle. Vom wegen Gewinnmitnahme. Machen wir nicht mit. Gut, es hat Short nicht getriggert beim DAX. Also insofern war man hier jetzt nicht versucht, auf die Short-Seite zu wechseln, aber man hätte die Chance gehabt. So, was hilft uns das jetzt? Das hilft uns, dass obwohl es eine charttechnische Indikation für eine Wende gab, die durchaus statistisch relevant gut liegt. Da gibt es viele Bücher dazu. Also auch namhafte Bücher dazu oder eben auch Erfahrung von verschiedenen Tradern. Und auch unsere Erfahrung ist, dass diese Signale grundsätzlich nicht so schlecht sind, wenn sie getriggert werden. Die Marktteilnehmer machen es nicht. Also was soll man sagen? Die DAXianer sind nach wie vor auf Kaufen getrimmt. Sie haben jetzt auch vom Wochenende. Wir sind jetzt zwar noch nicht ganz durch mit dem Tag, aber mehr oder weniger. Der Tag ist gelaufen. Das Wochenende naht. Die Marktteilnehmer hätten alle Chance, nach diesem riesigen Anstieg, den wir jetzt ja nun schon gesehen haben, zu sagen, Wochenende ist ein Zusatzrisiko. Da schließe ich lieber die Position. Wer weiß, was da kommt. Ja, Pustekuchen. Wir schließen ja noch fast am Tageshoch. Na gut, das wissen wir noch nicht. Eine Stunde ist ja noch hin. Aber ihr seht, die Marktteilnehmer sind alles andere als vorsichtig aktuell im Sinne von ich trau dem Braten nicht. Ob ihr vorsichtig sein solltet oder nicht? Na gut, das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich bin nicht der große Freund davon zu sagen, Ah, Pobacken zusammenkneifen kann gar nicht schiefgehen. Dafür habe ich zu viel Leid schon gesehen und miterlebt und teilweise selber natürlich auch erlitten. Deshalb muss ich sagen, ich bin da vorsichtig. Aber es gibt, wie gesagt, im Moment keinen Grund, jetzt hier massiv auf die andere Seite zu wechseln. Zieht halt den Stopp hinterher, wenn ihr long seid. Zum Beispiel beim DAX Index. Auf Tagesebene diese klassischen Varianten, das ist ja viel zu weit weg. Guckt mal hier, Parabolic Supertrend. Das sind so einfache Varianten. Das taugt nicht viel. Das heißt, da müsst ihr dann auf kleinere Ebene gehen. Vielleicht vier Stunden? Ja, vier Stunden scheint mir ganz angenehm. Also das scheint mir einigermaßen sinnvoll. Ihr seht, dass wir weite Strecken hier von Trendbewegungen mitnehmen, die dann überlebbar sind mit so einer Geschichte. Das ist nicht immer optimal, aber ihr seht, da war es weite Strecken, weite Strecken, weite Strecken. Auch in der Abwärtsbewegung weite Strecken hier, weite Strecken da. Ihr seht, da fliegt man auch zwischendurch mal raus. Aber so im Wesentlichen ist das ein Mechanismus. Solange der Trend läuft, okay. Und wenn der Trend halt nicht mehr läuft oder zumindest mal ins Wanken gerät. Ja, im schlimmsten Fall schließt man. Vielleicht verpasst man da noch ein bisschen weitere Gewinne. Aber man ist nicht ganz irgendwie nackig da, wenn der Kurs dann tatsächlich dreht. Früher oder später wird er drehen. Da kann ich euch Brief und Siegel drauf geben. Die Frage ist nur, wann? Aktuell lässt sich nichts erkennen, was auf den Dreh hinweist. Gar nichts. Null nada. Also jetzt hier zu sagen, da droht was. Naja, der Rücksetzer droht, aber die Marktteilnehmer sagen. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Also insofern kann man da jetzt noch long einsteigen. Da wiederum bin ich schmarleppig. Da bin ich nicht ein großer Freund davon. Das wäre ich allerdings auch hier nicht gewesen. Und da kann man natürlich dann sagen, siehst du, da hast schon diese 300 Punkte dann verpasst. Ja, schuldig euer Ehren im Sinne der Anklage. Das ist dann tatsächlich so. Ich brauche irgendwie einen Aufhängungspunkt, um reinzukommen. Das kann man auch anders sehen. Aber ganz einfach nur so, naja, wird schon nicht schiefgehen, finde ich nicht so gut. Denn ich kann dann die Risiken nicht gut kalkulieren. Wo soll ich dann den Stop setzen? Wie weit ist mein Target? Das ist schlecht kalkulierbar. Und dann stehe ich wirklich so da und habe rumgeraten. Und raten finde ich jetzt auch nicht den richtigen Ansatz dafür. Ja, dann verpasst man vielleicht mal was. Oder man wechselt auf kleinere Zeitebenen, solange es dort irgendwie Korrektivmuster. Hier war zum Beispiel Korrektivmuster. Woran erkennt man das? Es ging nach unten. Jawohl. Also das ist nicht ein Zeichen für Korrektur, aber es ging nach unten. Aber die Gegenbewegung, diese Aufwärtsbewegungen waren klar überschneidend. Das ist ein korrektives Verhalten. Und dann kann man sagen, okay, wenn ich so ein Verhalten habe, vielleicht finde ich hier eine Umkehrsituation oder eben das letzte Zwischenhoch, letzte Tiefvorlisse. Da, das wären jetzt mögliche Einstiegsszenarien. Das ist nicht immer so schön. Hier zum Beispiel gab es zwar einen Rücksetzer, der war aber für mich in diesem Sinne überhaupt nicht nutzbar. Es gibt natürlich auch andere Methoden. Ist ja nicht die einzige Methode, wie man sowas machen kann. Was ich euch mitgeben will, ist achtet drauf, nehmt irgendeine Bestätigung mit nochmal. Dann habt ihr wieder erst mal einen, zumindest mal einen erwartbaren Schwung, dass es danach nochmal in die richtige Richtung geht. Ihr habt eine Möglichkeit, dann den Stop anzusetzen. Also sprich, wenn ihr so einen Einstieg nehmt, dann Stop hier oder auf die 78er irgendwie hier. Da ist mir wohler, als wenn ich aus der Hüfte geschossen hier irgendwie blind links an irgend so irgendwo hier einsteige und sagen, ach, nach mir die Sinnflut kann ja gar nicht schief gehen. Ach, das klingen wie Famous Last Words. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt machen, aber mit irgendwelchen korrektiven Rücksetzern ist alles gut. Alles, was wir jetzt hier in der Abwärtsseite sehen, jetzt von den Hochs im 5 Minuten Chart. Sieht also auch noch nicht nach wirklich Abwärtsdruck aus, muss man dazu sagen. Allerdings zumindest mal, ich weiß es noch nicht, auch das hier sieht er sehr wackelig. Also eine Chance für nochmal runter ist da schon. Also vielleicht gibt es dann gegen Tagesende doch nochmal ein bisschen Gewinnmitnahme. Aber sind wir ehrlich, diese Bewegung hätte ja, wenn er dann hier triggert, sogar für Montag nochmal wieder die nächste Long-Situation. Na gut, ich weiß nicht, ob ich hier jetzt Longs noch empfehlen soll, weil wir sehr weit schon gelaufen sind. Aber wer Long drin ist, wie gesagt, Stopp hinterherziehen, freuen, alles erlaubt. Es gibt keinen Grund jetzt davon auszugehen, dass der Markt jetzt in diesem Moment dringend drehen will. Das sehe ich aktuell nicht und dementsprechend kann man da ja mal die Long-Seite ein bisschen mitnehmen. Wie sieht es beim Dow aus? Beim Dow ist es ebenfalls relativ wenig erkennbar. Allerdings das, was wir beim Nasdaq jetzt gesagt hatten, die Tage und beim S&P auch schon gesehen haben. Diese mögliche Umkehrkerze könnte sich... Vorsichtig, der Tag ist noch nicht rum. Der Future hier in Amerika läuft ja noch bis heute Abend. Also das kann sein, dass wir am Ende des Tages hier so eine Art Umkehrsituation bekommen. Also bei den Amerikanern sehe ich eine gewisse Bereitschaft dafür. Wollen wir mal die Gewinne mitnehmen? Das sieht man schon. Und ihr seht den Unterschied zum DAX. Hier ist dann jetzt auch mal eine schnellere Bewegung abwärts da. Also da würde ich hier ihm eher etwas mehr zutrauen. Wir haben zusätzlich noch hier auch dieses hier als Umkehrsignal. Viele von euch wissen das, dass ein Bruch unter dieser Marke ebenfalls noch mal zumindest vorläufig so eine Fortsetzung der Bewegung triggert. Ihr seht auch, das klappt nicht immer. Hier war zum Beispiel Fortsetzung nach oben. Da ist er dann in den Stopp reingelaufen. Jetzt dieser Trigger hier und vielleicht bald der Trigger hier. Gibt eine Fortsetzung erstmal. Ist nicht so unrealistisch, dass das passiert. Also ihr seht beim amerikanischen Markt und das wird vielleicht dann irgendwie auf dem deutschen Markt auch durchschlagen. Wobei, wenn wir ehrlich sind, im Moment interessiert das die deutschen Anleger gar nicht. Oder die, die in Deutsch anlegen. Wie sagt man neudeutsch? Die in Deutsch anlegenden. Interessiert das nicht. Denn ihr seht schon, dass der amerikanische Markt die letzten Tage nicht mehr wirklich viel Vortrieb hat. Wo der DAX, ich switch noch mal kurz zurück, gesagt hat. Ihr berufen Amerikaner. Ihr habt ja keine Ahnung, wie das mit dem Kaufen klappt. Das ist die Aufwärtsbewegung der letzten drei Tage im DAX gewesen. Also wer jetzt sagt, nee der DAX macht ja kein Eigenleben. Der macht immer nur das, was die Amerikaner macht. Nein, das kann man tatsächlich nicht so sagen. Also ganz deutlich aktuell der amerikanische Markt, was das angeht, schwächer. Und es droht hier viel mehr die Wende. Zumindest ein vorläufiger. Das ist jetzt nicht eine Ankündigung, dass wir jetzt Weltzusammenbruch oder sonst irgendwas haben. Ihr dürft immer nicht vergessen, dieser deutliche Anstieg, der ist auch gut, aber wollte ich noch gar nicht. Der deutliche Anstieg, den wir hier hatten, der wird früher oder später eine realistische Chance haben, dass der Kurs mal da nach unten geht. Ich halte das für recht realistisch, dass das in Wälde passiert. Und die Anzeichen mehren sich dafür, dass das hier passiert. Das hatten wir auch beim S&P angesprochen. Der S&P hatte auch so eine Wendekerze. Im Moment, also er hat es hier theoretisch schon getriggert. Ich mache das nochmal groß hier auf Tagesebene. Er hat es schon getriggert. Die Oberseite ist noch knapp nicht wieder getriggert, also quasi noch nicht ausgestoppt worden. Aber man sieht schon, so richtig Begeisterung für den Dreh nach unten ist auch noch nicht da. Kann auch damit zu sein, zusammenhängen, dass das keine auffälligen Marken sind. Die 78,6er ist eher so ein Geheimtipp als Marke. Das ist nicht so sicher, ob da viele Marktteilnehmer dann sagen, da liegt auch noch eine sehr relevante Fibo-Marke. Also nicht vergleichbar mit 61,8er oder 50er Marke oder 38,20er Marke. Also das ist so ein bisschen einsam. Ähnlich übrigens beim Dow Jones. Das ist auch so ein bisschen einsam, was das angeht. Gehen wir mal kurz auf Nasdaq. Da ist das ein bisschen berühmter. Deshalb haben wir hier ja auch den Trade dazu angekündigt. Ihr erinnert euch, ihr habt das sowohl im Trade des Tages mit unseren konkreten Marken als aber auch im Born for Trading mitbekommen. Also das hier ist etwas, wo ich eine sehr realistische Chance sehe, dass der Kurs jetzt dreht. Zumal das Ganze ja auch an einer typischen, einer möglichen Wendesituation ist, nämlich dem Jahreshoch bisher. Also die Chancen für die Abwärtsseite sind nicht so schlecht. Und in der jüngeren Vergangenheit, da war diese Abwärtsbewegung noch sehr harmlos, also sehr, sehr wackelig hier eher runter. Jetzt scheint es sich so ein bisschen zu beschleunigen. Gehen wir nochmal auf den S&P. Also man hat schon den Eindruck, dass jetzt so langsam die Marktteilnehmer auf den Trichter kommen. Vielleicht ist Drehen doch besser. Vielleicht sogar für die kurzfristigen Akteure von euch scharfe Abwärtsbewegung. Wenn wir jetzt hier eine korrektive Aufwärtsbewegung bekommen. Jawohl, das sieht so aus. Wenn die hoch genug ist, was heißt hoch genug? Höchster Punkt, tiefster Punkt. Wenn sie in diesen Bereich reinkommt, von Not könnte man, ich mach mal groß, also das Bild, nicht, dass ihr jetzt einen falschen Eindruck habt. Dieses Tief hier wäre ein möglicher Trigger im Sinne von Schub runter, wackelig hoch und Fortsetzung nach unten. Ja, also insofern, das ist gar nicht so unrealistisch, dass das passiert. Vielleicht noch schöner wäre es, wenn er noch einmal hoch wackelt, vielleicht noch einmal hoch wackelt, dann ist das ein bisschen klarer, die Korrektur. Und es hätte den Vorteil, dass diese Trigger-Marke nicht hier unten ist, sondern ein bisschen höher. Also wenn ich mir was wünschen darf, so fände ich es noch schöner. Aber wer noch auf die Short-Seite möchte und eben noch andere Argumente sucht, findet hier einen 5-Minuten-Chart vielleicht noch mal was, um vielleicht heute im Laufe des späteren Tagesablaufs hier die Short-Seite noch mal mitzunehmen. Keine Sorge, der übergeordnete Bullenmarkt ist dadurch nicht gänzlich kaputt, gar keine Frage, aber er ist zumindest mal in der Bedrohung einer Pause. Und deshalb behaltet das im Hinterkopf. Es besteht ernsthaft die Gefahr, dass die Indizes jetzt in den nächsten Tagen mal ein bisschen runterkommen. Das ist kein Drama, weder charttechnisch, auch noch nichts fundamental zwangsweise. Wer sich da für diesen Aspekt ebenfalls interessiert, der kann sich jetzt schon freuen. Voraussichtlich morgen gibt es ein Video dazu, das ich mit Dr. Jörg Rahn, dem Chief Investment Officer, der im ganz großen Bereich unterwegs ist und eben fundamental orientiert ist. Mit dem habe ich mich ausgetauscht zur aktuellen Situation, aber das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt hier in diesem Index-Update am Nachmittag, das gibt es als extra Videobeitrag. Merkt euch also jetzt schon mal vor, das Video kommt in Kürze, voraussichtlich am morgigen Samstag. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis dann. Ciao, ciao.